Hallo, Verbern! Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde! Hier ist wieder euer Cody mit einem weiteren Video zu Sniper Elite 5 angekommen. In Mission 8, Schutt und Asche, gilt es wieder 19 Sammelobjekte zu finden und 2 alternative Startpunkte. Deswegen steht hier auch von 21 und direkt zum Start bekommen wir bereits das erste Dokument hier. Das ist wirklich ein paar Schritte in der Mission drin. Die Sammelobjekte teilen sich wie folgt auf, wer noch kein Video gesehen haben sollte, komischerweise. Es gibt 13 Dokumente, es gibt 3 Werkbänke und es gibt 3 Adler. So, dass wir 19 Sammelobjekte haben plus, wie gesagt, die beiden alternativen Startorte. Und die Werkbänke sind wichtig dafür, natürlich auch für die Trophäe und B natürlich auch, um dann Attachments für die Waffen freizuschalten. Und die Adler sind dafür da, um einen zu ärgern. Obwohl diese Mission, muss man sagen, ärgern sie eigentlich ganz so stark. Sie sind auffindbar, nicht so schlimm wie in der letzten Mission. Da war es ja wirklich die reine Hölle, aber hier geht das so. So, wir sind hier weiter in den verbrannten Straßenhäusern unterwegs. Ihr habt gerade gesehen, da war eine verschlossene Tür, wo wir nicht reinkommen. Wir können sie natürlich sprengen. Das ist auch der Grund, warum es bei den vielen Sammelobjekten hier, wo man eventuell einen Schlüssel benötigt, ich diesen nicht zeige. Weil halt, man kann eigentlich immer alles sprengen. Aber hier ist der Gebäudeschlüssel halt nicht auf einem Soldaten. Weil auf Soldaten ist ja immer ein bisschen schwer zu zeigen. Die können mal gerne durch die Gegend rennen. Aber wenn sowas hier natürlich an einem Schlüsselbord hängt, dann zeige ich euch natürlich auch den Schlüssel dazu, wie ihr dann hier oben in die Tür reinkommt und dort geradeaus direkt auf das Dokument drauf zu rennt. Wir müssen verschwinden und damit können wir gleich direkt weitergehen zum Nächsten. Wie gesagt, es ist immer hier diesmal viel in Stücken gemacht. Also viel in, nicht dass wir in Eins-Kommandern durchrennen, liegt einfach an der extrem hohen Gegnerdichte, die es hier auf der Karte gibt. Und was das halt ein bisschen schwer macht, die Sachen wirklich peu à peu abzurennen. Und deswegen springen wir hier leider ein bisschen durch die Gebäude durch. Dazu kommt natürlich auch noch ein bisschen die Wegführung. Also sprich, wo wir wieder die Wege haben, wo wir nicht lang dürfen. Und das macht das ein bisschen komplizierter. Und deswegen dann hier lieber doch größtenteils gestückelt. Das erste Mal und auch das letzte Mal sozusagen, dass hier die Sammler-Objekte so gestückelt sind. In den anderen Missionen vorher habe ich es eigentlich ja sehr gut hinbekommen, dass ihr das ganze Stück an Stück gemeinsam mit mir rennen konntet und so. Da nicht immer gucken musstet, wo genau befinden wir uns denn hier auf der Karte. Aber auch hier wird einem relativ viel geholfen auf dieser Karte, muss man sagen. Im Gegensatz zu den anderen haben wir nämlich hier Dokumente, die wir aufnehmen, die uns dann nämlich die alternativen Startorte beide auf der Karte anzeigen. Und dann gibt es auch wiederum ein Dokument, was uns dann sämtliche Werkbänke auf der Karte anzeigt. Dadurch ist das hier ja zum Glück jetzt in der letzten Mission alles ein wenig leichter zu finden. Es gibt ja noch eine neunte Mission. Diese wiederum hat aber keine Sammelobjekte. So, wie gesagt, wie versprochen war, ist markiert gewesen hier der alternative Startpunkt. Und wenn wir im alternativen Startpunkt starten oder halt dort sind, dann können wir einmal nur kurz hier an der Seite hochklettern und kommen direkt zum nächsten Dokument. Auch das für euch immer ganz wichtig. Die Dokumente werden hier direkt gespeichert, wenn ihr sie aufnehmt. Obwohl ich das bei einem Adler mal nicht hatte. Also da hilft es eventuell doch vielleicht manuell zu speichern. Bei den Dokumenten habe ich es noch nicht gehabt. Aber es gab wirklich, werden wir sehen, wenn ich hier den letzten Adler abschieße, dass ich nicht die Trophäe für alle Adler erhalte. Und da habe ich mich dann auch gewundert und ich denke, oh, ist das ganze Buggy. Ich habe dann nachgesehen und habe dann wirklich halt eine Mission noch 18 von 19 gehabt, weil der Adler nicht gespeichert war. So, hier ganz vorsichtig ran, ganz vorsichtig ran, weil sonst fällt nicht mehr unser Charakter runter. Dann, wenn der Springen prompt kommt, springen und auch ruhig ein bisschen drücken in Richtung der Wand, weil sonst fallen wir da wieder runter. Und haben damit dann die MP-Werkbank hier auch an dieser Stelle freigeschaltet. Das ist ja auch die Stelle, von wo aus wir sehr gut auf die Attentatsmission gehen können. Aber das habe ich euch ja bereits in einem separaten Video gezeigt. Aber direkt über dem, ja, über dem Gebäude oder auf dem Gebäude halt, wo das Attentatsziel ist, das Todesziel, dort gibt es auch den Adler zu finden, den ersten der Mission. Und wie gesagt, sehr prominent da oben, also wirklich gar nicht versteckt. Und der ist sehr gut zu sehen. Ich habe hier einen kleinen Cut gesetzt, weil ich kurz darauf gewartet hatte, dass mein Schuss ja eigentlich nicht hätte gehört werden sollen. So, wir kommen an am Theater. Und auch hier gibt es den passenden Schlüssel in einer Kiste. Deswegen habe ich den mit drin. Ich war es der Schlüssel gewesen. Auf alle Fälle liegt hier auch eine Brechstange rum. Falls ihr die aus irgendeinem Grund nicht aufgenommen haben solltet bisher im Level, dann liegt hier sogar extra eine Brechstange rum, damit wir hier alle Tools zur Verfügung haben. Um dann hier drüben die Kiste öffnen zu können. Weil das geht nur mit der Brechstange. Und deswegen lag extra wohl gegenüber eine. Und dann haben wir nämlich hier das nächste Sammelobjekt drin. Kein Auge für Kunst. Auch der Netformentwickler, dass er da denkt, eine Brechstange dementsprechend zu platzieren. So, ein paar Meter weiter ist diese Kirche. Das ist praktisch gegenüber vom Theater. Und wenn wir dann hier an der Seite hochschleichen, dann finden wir endlich einen originalen Hitler. Klar, ein Kunstwerk, das seinesgleichen sucht natürlich. Rembrandt und Co. wären eifersüchtig, denke ich mal, bei der Kunst, bei der Pinselführung, bei dem Motiv, wie auch immer. Ja, jetzt habe ich euch neugierig gemacht. Jetzt müssen wir noch die ganze Leiter gemeinsam hochklettern, ehe wir dann endlich den originalen Hitler hier an die Wand gelehnt finden. Und dann können wir gleich von hier aus gleich am Stück weitergehen. Und zwar zur Pistolenwerkbank. Die ist unten im Keller drin. Die Treppe wieder runter. Hier an der Seite, die kleine, in diesen kleinen Raum rein. Und dann geht es, glaube ich, sogar nochmal runter. Jetzt sind wir ja sozusagen erst im Erdgeschoss angekommen, dann einmal hier um das Gerüst nochmal drumherum. Und dann hier. Oh, da habe ich sogar nochmal den Schlüssel ausgenommen. Das war also gar nicht. Na gut, dann müssen wir das gute Ding halt sprengen. Sprengladung kam schon ein paar Mal die Frage. Also Leute, wenn ihr diesen Sinn nutzt, also sprich mit R3 gedrückt halten, wo dann alles so, na, matschig braun wird, dann sieht man die eigentlich immer sehr gut in Gelb hervorgehoben, wo denn in der Nähe mal eine Sprengladung ist. Und dann können wir jetzt hier endlich herunter droppen in den Keller und damit bei der Pistolenwerkbank ankommen. So, wie gesagt, hatten wir auch eigentlich angezeigt bekommen, auf der Map. Und jetzt machen wir hier einen kleinen Sprung. Und zwar zum nächsten, da zum nächsten alternativen Startpunkt. Und auf dem Weg zum alternativen Startpunkt haben wir hier praktisch hier gleich drei Sachen. In dem Gebäude einmal haben wir hier unten den Brief Möller verschwindet. Dann holen wir uns als nächstes direkt den Startpunkt, alternativer Startort Nummer 2. Und zwar, dann müssen wir einmal hier die Treppe für hoch. Dann noch einmal die Tür öffnen. Und von dem alternativen Startort 2 können wir uns dann auch Adler Nummer 2 vornehmen. Ich glaube auch gar nicht, dass der von woanders zu sehen ist. Ich glaube, da haben wir wirklich hier nur diesen Raum hier. Der ist nämlich einmal hier ganz den Strand runter, da ganz hinten. Also, aber das ist auch wieder eine gute Stelle. Also, ich finde das, so gehören Adler versteckt. Auf diese Art und Weise, wo man sie trotzdem halt weit oben irgendwo thronen sieht. Man aber halt gucken muss, von wo aus man da rankommt. Wie gesagt, um Längen besser als Mission 7. Lieber Entwickler, falls du das Video siehst, Mission 7 fail. Fail. Alle drei Adler eigentlich fehlen. War bestimmt ein Auszubildender. Oh, also dem die Erfahrung fehlt. Es war nicht ansonsten negativ gemeint. Gut. Okay. Damit kommen wir hier unten an bei dem... Habt ihr ja gut auf der Karte gesehen, wo wir hier sind. Das ist, glaube ich, dieses Hotel. Ja, genau. Richtig. Das ist das Hotel. Einmal unten drin den Tresor-Code erhalten. Dann gibt es geradeaus in dieser Kiste, nämlich drin, den Hotelschlüssel. Wir könnten die Tür wieder sprengen, aber wenn der Schlüssel, wie gesagt, nicht auf dem Soldaten ist, dann zeige ich den natürlich auch gerne. Dann können wir auf diese Art und Weise hier die Tür aufmachen, kommen in den Raum rein, haben dann hier nochmal einen Tresor. Und bei Tresoren, wie immer, der Hinweis, speichert sicherheitshalber vorher. Speichert sicherheitshalber vorher. Falls das Ding unbedingt eine Sprengladung braucht, dann sprengen ist einfach sicherer. Sage ich es mal so rum. Wir haben das in der ersten Mission auf alle Fälle ganz, ganz sicher gehabt, dass es dort Dokument in einem Tresor nur dann gab, wenn er gesprengt wurde, nicht wenn er normal geöffnet wurde. Deswegen nach Möglichkeit sprengen. Wenn ihr den Schlüssel habt, könnt ihr ja auch vorher speichern. Ihn aufschließen, ist das Dokument hier wie bei mir drin. Dann ist alles in Ordnung. Und wir haben dann schon mal die erste Variante von Sammelobjekten zusammen. Und ansonsten halt, wie gesagt, dann den Speicherpunkt wieder reinladen und sprengen. So, das ist der Point of No Return. Also wo wir in der Mission nicht mehr die anderen Sachen machen können. Ihr habt hoffentlich alles mitgenommen. Ansonsten müsst ihr halt einfach die Mission nochmal neu starten, falls ihr irgendwelche Sachen habt liegen lassen. Denn von hier aus kommt ihr nicht zurück in die zerbaumte Stadt. Wir sind jetzt in der Kanalisation und jetzt ein paar Meter weiter gibt es diesen Tresor. Und in diesem Tresor wiederum finden wir eine Sprengladung. Und hier gibt es auch nochmal eine Brechstange, falls, wie gesagt, diese Sachen euch fehlen. Und dann könnt ihr nämlich hier neben die Tür dann entweder aufschließen mit dem Schlüssel. Wenn ihr den nicht habt, könnt ihr dort halt auch eine Sprengladung nutzen. Seid dann hier in diesem kleinen Zwischenraum drin. Der war, haben wir eben gerade schon von einer anderen Seite aus gesehen. Und dann haben wir hier das gestohlene Tanto drin. 18 von 21, das bedeutet, wir sind hier auch gleich durch. Es ist wirklich nicht mehr viel zu tun. Und wir haben dann bald alle Trophäen für die Sammelobjekte beisammen. Jemals hoffe ich, dass das bei euch der Fall sein sollte. Hier geht es nochmal zur Gewerbergbank. Da haben wir auch einen Hinweis bekommen. Dadurch, dass wir vorher halt, wie gesagt, das Dokument aufgenommen haben, haben wir eingezeichnet bekommen, dass die hier auf der linken Seite ist. Steht auch wieder ein Schild dran. Rechts und links Waffenkammer. Da habe ich gar nicht nach dem Schlüssel gesucht. Da habe ich einfach gleich direkt gesprengt. Wahrscheinlich wird einer der Offiziere im nächsten Raum bestimmt den Schlüssel haben. Ich nehme die BUM-Methode. Und damit haben wir die Gewerbeerkrank freigeschaltet. Da haben wir jetzt noch ein Dokument, ein Adler, was fehlt. Und damit die nächste Trophäe hier schon mal freigeschaltet. Hier die Gewerbergbank, wie gesagt, war ja sowieso markiert. Und dann, wenn ihr die U-Boote hier alle garniert habt, oder auch schon hochgejagt, wie auch immer, dann gibt es hier oben in dem Raum nochmal für euch ein Sammelobjekt. Und einmal hier in der Mitte durch der große Kartentisch. Dort ist das eine Dokument für uns. Und dann haben wir dann auch schon zum letzten Adler. Und das war es hier, der Adler. Wenn ihr die Mission verlassen sollt, bevor wir die Mission verlassen, einmal nochmal kurz richtig hingucken und sehen, oh, da ist ja ein Adler. Den machen wir weg und sind durch. Ich danke euch für's Lassen. Wenn es euch mal nicht geschehen, dann verpasst ihr hier mit Glocke aktiv weiter. Nichts Neues. Ich danke euch und sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Gudi. I got no time to bleed. I got no time to bleed.